Und jetzt geht es explizit um das Thema Depression und Suizid. Du nutzt ja deine Social-Media-Kanäle auch für gute Zwecke, also auch für Flüchtlingshilfe. Was glaubst du denn, wie gut eignen sich Social-Media generell, um auf ernsthafte Dinge aufmerksam zu machen und das zu nutzen für wohltätige Projekte? Also in meiner Erfahrung macht sich das super und funktioniert auch sehr, sehr gut. Und zum einen, weil wir ja durch unsere Vereinsarbeit vor allem Facebook nutzen, um Reichweite zu erzeugen, das ist jetzt so ein blödes Wort, aber um Leute zu erreichen, um möglichst viele Leute zu erreichen. Und das ist so der allerwichtigste Kanal bei uns. Bei mir ist es eben auch so, dass ich durch Aufrufe bei Instagram oder bei Facebook immer wieder positives Feedback bekomme, aber auch eben, ob das jetzt Leute aus der Branche sind oder Arbeitskollegen, die dann darauf aufmerksam werden, eben durch die Posts. Ich glaube, das ist auch genau das Wichtige, dass man immer wieder postet und postet und präsent ist mit all diesen Themen. Dass man dann auch ein gewisses Feedback erst bekommt. Ein super wichtiges Tool, um Leute zu erreichen und eben auch im besten Fall Leute dazu zu bekommen, nochmal zu überdenken, was sie vielleicht gedacht haben oder vielleicht haben sie gar nichts gedacht und dann haben sie plötzlich eine Idee für eine Meinung. Ich meine, es ist ja so, Suizid und Depression ist ja in der Gesellschaft immer noch ein riesen Tabuthema. Was glaubst du denn, wie man junge Menschen trotzdem motivieren kann, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Indem man von eigenen Sorgen oder auch Problemen irgendwie erzählt oder beziehungsweise das kommuniziert und auch eine gewisse Verletzlichkeit nach außen trägt. Das ist wichtig. Und zum anderen aber auch, glaube ich, dass sich jeder Mensch, egal in welchem Alter, irgendwie relativ früh bewusst machen muss, dass der wichtigste Weg, um mit sich selbst im Reinen zu sein oder zufrieden zu sein mit sich selbst, der ist, dass man Gefühle auch adressiert und negative Gefühle oder depressive Gedanken auch als solche identifizieren kann und sich nicht einfach sagt, heute ist aber wieder ein scheiß Tag und das ist dann irgendwie der zehnte Tag in Folge und dann ist es der 30. und 90. Tag in Folge. Also, dass man sich traut, das einfach anzusprechen, mit Leuten darüber zu sprechen. Ich glaube, das ist der wichtigste Weg. Was würdest du denn privat persönlich tun, wenn jemand in deinem Umfeld Suizidgedanken äußert? Das Wichtigste ist, dass man den Menschen ernst nimmt, dass man demjenigen zuhört, dass man Hilfe anbietet, dass man bloß nicht kommt mit, ach, reiß dich mal zusammen. Das hört man, glaube ich, ganz gerne oder ganz oft, wenn man depressiv ist. Ich glaube, man muss wirklich zusehen, dass man demjenigen zeigt, hey, ich habe wahrgenommen, dir geht es nicht gut und das ist okay und wir können darüber sprechen und ich bin jederzeit für dich da, wenn du was brauchst. Und ich glaube, das ist der allerwichtigste Schritt. Und dann muss man, so blöd das auch klingt, aber dann muss man auch irgendwie hoffen und auch irgendwie so ein bisschen die Verantwortung auch von sich selbst irgendwie abgeben, hoffen, dass derjenige dieses Hilfeangebot auch wahrnimmt. Riesenermaßen ist es auch so, dass über 40 Prozent der Flüchtlinge an einem posttraumatischen Belastungssyndrom leiden. Das heißt, das Suizidrisiko ist sehr erhöht. Und was glaubst du, wie könnte Suizidprävention bei Flüchtlingen konkret aussehen? Ich glaube, auch da muss es wahrscheinlich verstärkt Initiativen geben, vielleicht eine Hotline, irgendwas, wonach man vielleicht googeln kann und sich mit dem Thema der Flucht vielleicht auch in einer Gruppe auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist ja auch immer dann der nächste Schritt, erst mal sich überhaupt bereit zu erklären, darüber zu reden und es offen auch auszusprechen. Hey, ich habe Suizidgedanken oder ich bin depressiv, ich komme nicht klar, mir geht es nicht gut. Und das vielleicht aber auch in einer Runde. Vielleicht ist das auch ein wichtiger Schritt, um Gemeinsamkeiten, da überschneidet sich ja unfassbar viel. Ich glaube, die Leute verbinden ja nicht nur die Flucht, sondern auch die Missstände in der Heimat vor Ort. Ja, viel mehr Angebot, therapeutisches Angebot für Geflohene. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil das ist der wichtigste Schritt, um sich überhaupt hier etwas aufbauen zu können oder um sich hier integrieren zu können. Erst mal die Traumata zu überwinden oder zu verarbeiten und seelisch so stabil zu sein, dass man überhaupt auch wahrnehmen kann, dass man jetzt in einem anderen Land ist, dass man in Deutschland ist und dass man dann sich um alles andere kümmert. Sehr gut. Mhm. Vielen Dank.